melancholik flieg mit mit vertraut verletzten der oh nein nein du hast es gestört oh mein Gott wer ist sie denn du wer ist sie denn überhaupt er war das in die wucht gerade wieder stört da kann zu sagen ich trete was mit einer fähigkeit erfasst was ein gutes verhofft damit wieder scheiße die kohle sagt mich an der fähigkeit erfasst so willst du mich heilen ach so der heiler panda hat ja ich schaue den sushi mal auf den arsch die schlange der gruppe das war aktiv Jakumo macht doch nur Mist wie so ein kleines Mädchen. Ist gar nicht. Gar nicht. Nein. Doch. Beseitig Dacanios im Lager von Devan. Ach so, wir müssen jetzt da hoch oder was? Das sind wir jetzt alle gleich weit. Oh, ja, Dacanios, ich hab'n. Das ist ein übelst du. Kommt ja. Das ist ein Tower, aber was ist? Bist du wieder am Herkopf? Haben jetzt alle diese Quest? Ich muss jetzt Dacanios, beseitige Dacanios im Lager. Ja, hier, hier, hinten, hinten, hinten. Der ist doch direkt hier vorne. Ja, hier, 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 wo, 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 wo. Hier. Ich komme. Ah, nee, das ist ja gar nicht. Markiere, der Nachkommen zeigt Kamania Dacanios Marke. Ach so, du hast ja direkt für mich mitgemacht. Ja. Ja. Müssen wir jetzt hier rein? Ich glaube, wir müssen hier rein. Los. Los, Motorrad. Rasieren. Ich will sagen, was da los ist, Alter. Ich bin drin. Ich bin nur noch so sauerlich drin. Ja. So. Blut. Blut. Hier, hier vorne oder was? Hä 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 hä. Hä? Hä? Hä versteh ich nicht. Hä? Hä? Hä versteh ich nicht, Hä? Da muss ich schlachten jetzt hier, da muss ich schlachten. Wie die Chaco mal rennt. Wieso, wie renne ich denn, sag mal? Du hüpfst so... Wie so kleines Blumenmädchen. Ja, genau so. Sie sieht die Feinde und dann rennt sie so drauf los. Lalalala, ich komme! Na, hä? Heizbärber? Den Schleier lüften. Ach, hier hinten! Hier ist Kamiya. Hier, hier, hier. Wo? Ich sehe dich nicht. Du bist zu groß. Denik. Hier, hier. 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 Ach, da ist die... Das ist bei dem Spalter also ein bisschen komisch. Weiß auch nicht. Quest abgeschlossen. So, was jetzt, äh... Was finden die verbliebenden Waffenkisten... Ah, da müssen wir zurück. Waffenkisten. Okay. Wollen wir Waffenkisten machen? Bist du jetzt da hochgekommen? Sprung? L1x? Das ist unfair, ich komme hier nicht hoch. Oh! Oh! Was hier... Ich bin ja auch eine erwachsene Frau. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich dich auch, ey. Ich komme nicht hoch. Ich komme nicht hoch. Ja, guck mal, der Klops kommt auch nicht hoch. Boah. Ja, und das fährt auch nicht. Mensch, was wollen die denn nur von mir her? Ja. Alle erledigt? Gut, jetzt kann ich meine Waffenkisten looten hier. Boah, ich bin weg. So, letzte Waffenkiste. Was... Was kommt jetzt? Findet Karnia, die tief in das Versteck vorgekommen ist. Ich seh die jetzt schon so drauf. Boah, er hat's gewidmet. Ja, Freunde. Boah, Alter, was? Wer zieht denn hier die Mops, ey? Doch, haha. Mordroh, hör auf damit. Du kannst aber doch nicht anders, ja? Alter, was ist denn hier los? Ich bin das gar nicht. Ich bin das gar nicht. Ich bin das. Die laufen mir nach. Markus. Du bist mir doch... Markus, du bist mir zu anziehend. Ich merke das schon immer. Willst du mir Konkurrenz machen? Warum laufen die Männer die einen da her? Tja. Frag dich mal, warum? Äh... Was? Tja, kommos raus. Tja, kommos raus. Einfach verschwunden, die Bussi. Ja. Er ist die Placerchen abgestürzt. Das könnte auch sein. Ich habe dafür eine Sephira hier. Warum kann ich diese Kisten 10.000 mal öffnen? Ich weiß nicht, ich kann die Kisten. Ich glaube, wie lange du sie fest hast, glaube ich. Du bist ein blöder Arsch. Weisst du das? Ich hätte die Kiste fast offen gemacht. Mensch, ich will meine Fähigkeiten machen. Lass mich in Ruhe. Okay. Wer ist das denn? Ist das denn dein Amst, Alter? Ich darf, ey. Kann ich jetzt endlich meine Fähigkeit machen? Dankeschön. Aufsteigen, die Luft. Auch geht das nicht. Hochstufen. Mordor? Äh, wo bist du? Ja? Hinter dir. Ich höre euch nicht. 10 Silber. Wie viel Gold habe ich denn überhaupt? Wie viel Gold habe ich denn überhaupt? Auch jetzt? Jetzt ging das oder was? Alter, das Spiel hat ganz schön eine Meise. Ich brauch das Sensor. Also ich kann keine Kiste öffnen. Jedes Mal, wenn sie... Können sie auch mal heilen, oder? Ich? Irgendwann. Kassiert schon. Ohraltes Geflüster. Oh. Schön. Und hörst mir. Ich schreit doch voll zapper. So, was kriegst du? Ich schreit doch gerade hin. Ich schreit doch gerade hin. Ich muss immer auf diesen blauen Schneider da. Ach, schlauter Kacke. Ja. So ist denn die Aldi jetzt hier. Was? Ah, ich hab sie gefunden. Ist er jetzt? Bei, äh... Der... Der war Silvia. Ja. Oh je. Äh, ich hab ne Einladung erhalten. Es sind wir Party. Müssen wir wechseln. Motoren raus? Hä? Äh... Du bekommst ne Einladung von... Kannst du jetzt nicht? Ne, du bekommst ne Einladung von... Giacomo. Nehm ich an. Ach du. Ich wechsle jetzt auch. Aber mir folge einfach 10 Stück von den Idioten. So, ich bin ruhig bei Giacomo. Ja, ich muss zuerst ein ruhiges Plätzchen befinden. Aber der ist auch jetzt beigetreten. Wir müssen da hinten... Der war Silvia. Da ist so... So blauer Kreis. Da ist die Alte. Oh, okay. Mein Wechsel hat... Äh... Bedeutet mein... Mein Tod. Warte, wo liegst du denn? Warte. Ja, ich hab mich schon. Ich hab mich schon. Ich hab mich schon. Und danach auch... Ich bin aus dem... Ich bin aus dem Lager... Ich bin aus dem Lager weggerannt. Weil die 10, 15 Stück liefen mir nach. Ich konnte... Kann ich mich für euch? Ah, ich bin immer noch... Danke Kishua für die Nachricht. Kanal 1 bin ich. Ich dachte grad schon alles wäre weg. Ich bin auch Kanal 1. Und ich bin jetzt da beim Lager wieder beim... Giacomo. Hier muss die Alte stehen. Hier muss die Alte stehen. Ich komm dann wieder rauf nach Deva Silva. Glaubt mich jemand? Ja, Bibi. Hallihallo. Bibi. Dann seid ihr immer noch bei Deva Silva. Ich? Nee. Boah, was freut mich. Ich 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 freut mich. das geht noch eine Chance. Zack, 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 zack. Ihr müsst da gleich in das Portal anrichten. Ich muss mal Kamiya anschreien. No. Ich muss die Basisbericht erstatten. Alles nach verstanden. Gut. Ihr hört zu. ja das habe ich auch noch ich habe blutrausch alarm motor blutrausch leutchen wo finde ich den kam ja der tief in das versteck vorgedrungen ist ich muss jetzt in den instanz gruppen und super bastion lockt da müssen wir zusammen reinkommen wie man scheinbar kumas krippe ich bin am eingang von dass der silva kumas krippe wo ist denn das kumas krippe begebt euch über das telefon zur kultisten machen kann man sprecht mit kam ja mal ausklinken weil ich muss nachher wieder auf flügel und ok legones willst du dich hier ausloggen ja wohl ist eigentlich bei der gang ja wo ist mein kam ja ouch und gut legones schön dass du da warst schlack bei legones wir jetzt in der dungeen motor ich auch nicht ich bin neben dir ich habe kam ja gefunden mal verstehungsräuber ich ich muss nach kumas krippe ja dann müssen wir alle hin und da gibt euch über das teleportal zur kultisten backen kammer da kommt der legones wieder und hier ist alles ausgeloppt oh wenn die luffi hallo ok schuhe bleibt noch an ja so schön bei 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 ob wir jetzt noch auf den markus Wart ihr jetzt schon da drin, in diesem Teleporter-Ding? Nee, noch nicht. Wollen wir jetzt, oder wollen wir noch auf den Markus poppen? Ich muss die Auferstehungsräuber zerlegen. Ja, ja. Alles klar. Alles klar, wie die Maske gut. Wir sehen uns schlafen. Nee, da habe ich auch noch nicht die anderen schon. Das ist wichtig. Maske, tschüss. Da muss ich mich mal durchwählen. Irgendwie, auf der Seite oder so. Schlafgut, tschüss. Hast du auch mal Bock, Markus? Hier, ich bin im Kampf. Ach so, ach so. Okay, okay. Konzentrier dich. Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... Gold. Das geht. Ich kann für meine Fähigkeiten nicht holen. Das finde ich scheiße. Oh, Legones. Kommt da noch mal? Was? Kommt da noch mal? Nee, der muss ins Bett. Der muss morgen früher wieder raus. Okay. Okay. Er will zwar nicht, aber er muss... Ja, hat da noch geschrieben. Die sind aber echt hart, diese Auferstehungskrieger da. Oder Räuber. Ich gucke jetzt noch mal, wie das mit ihm verzaubern war. Also hier vorne, mit dem Teleporter hier... Äh, nee, hier müsst ihr alleine rein. Da muss ich von sogar extra Party wieder viel verlassen. Ach so, dann muss ich nur alleine rein. Alles klar, dann verlassen wir vor. Da wirst du ja alleine rein. Mensch! Der richtige Dungeon, der kommt dann noch. So muss es aussieht. Sicher. Ausschmeißen? Da kriege ich hin. Ja, mich auch, bitte. Auswerfen. Jawoll, wir tanzen, wie ein bisschen hier. Ach, ihr seid noch am Kämpfen, da kann ich euch irgendwie... rausschmeißen. Wir tanzen. Wir tanzen. Wir tanzen. Gruppenbeglieder können 120 Sekunden. Ach so. Nach dem Kampf nicht rausgeworfen. Oh Mann, die sind ja echt... Kommt, Bubis, kommt. Bis morgen, ihr Lieben. Ich freue mich schon. Winkel. Was Gute, Jonas. Bis mal. Ich bin jetzt Gruppenanführer. Dankeschön. Seid ihr jetzt raus? Ich bin auch nicht raus. Oh, warte, mach mich jetzt nicht so heiss. Jack, komm, ob ich mich noch rausschmeißen. Habe ich irgendwo noch einen Trank? Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Also, Ko, ich krieg dich irgendwie nicht rausgeworfen. Vielleicht muss das jetzt wirklich Markus machen, weil er der Leiter ist. Ich kann jetzt nicht. Okay. Ah, okay, Gruppe. gruppe und dann gruppe verlassen ja du mich auch du musst nicht weiter ich komme gleich wieder also was ist das hier drei heftig meine freunde ich bin unsichtbar um mich und ich brauche also was ist die die das soundtrack erinnert mich auch wie an assassin's mit origins so übers ergebten mucke was muss was muss ich ja machen belauscht das gespräch danach kommen lochs okay schade da 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 sind recht irgendwelche die haben da schwarze sprechblasen dann muss einfach warten bist du fertig gebrabbelt haben okay wir haben was die quatschen diesen jetzt aber weg gehauen gehauen und das kam ja da ich habe keine medizin mehr das geht jeden so dass er jetzt kumas krippe muss da jetzt ein oder was ich konnte nicht weiter ach muss die teleporter benutzen als teleport ausgang vorwult posten das markus ich habe marcus gefunden ich muss immer noch von denen da 33 erlegen was den telefon oder doch benutzt was ist jetzt die nachkommen zu wort welchen welchen kanal bis zum motor der sagt man sich das ziel wieder ich bin frei wie kann man den kanal wechseln option dreieck immer selber auf kanal 1 oder was habe ich aber auch noch gemacht ihr nichts haben alles gegeben stufe 18 wälder sprecht mit islam habe ich ohne neue kleidung wo ja stimmt habe ich auch aber es geht auch wie sehe ich denn aus ob sex weil das kipps ich wusste was man kann aber irgendwie kann man macht es im motor style party sie lockt alle zu mir ist ja nett das ist das fiese kleine blumenmädchen ich habe also war sie so schön wo ich kam ja bist doch ich bist doch keine kuh als man wirklich ich stehe ich stehe dahin ja ich hab ich hab's ich bin ich jetzt stufe 20 und jetzt ich bin auch stufe 20 was muss ich jetzt machen wir auch welche treibt bist du jetzt über isla jetzt vor bist du hier ja ok und dann ist jetzt so drei frage eingaben alle kinder der verschwundenen sucht trupp beseitigt ja danach kommt ich finde das scheiße wie kann man nun die quest eigentlich um ablehnen würde lassen wir doch die kiste nehmen also 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 weg machen würde dankeschön das geht doch nicht ja wie komme ich da rein in der akademischen was studen auch muss ich da in das portal einigermaßen ruhig daran jetzt schon aus party raus und da rein die bastion noch so wie gehe ich als party raus ich guck mal ob ich nicht rausschmeißen kann er musste auch wieder selber verlassen da ist doch da wo wo ich hab immer noch so wenig gold was ist los komm ich soll das neue hinder lang drücken nee das was in das aber zeigen ist dann gruppen suche anfrage vorwärts schlachtdruck hast du grad 2000 angriff gemacht war ja teleportation waffen kamer bastion luchs ist das richtig guck mal bei gesellschaft und dann gruppe ich kann nicht ich kann nicht ich kann nicht ich kann nicht und da kannst du mit viereck gruppe verlassen ja okay habe ich jetzt wieder vorne bei dem blauen feld ich geh mal rein was kommt jetzt also ich bin jetzt hier die glieders jordi glied zu machen kummer skripte belauscht das gespräch belauscht das gespräch ok 3 von 20 zählt das für dich muss ich denn das leuchtende dings rein stehen oder bei denen vorbeilaufen ja du musst die einladen ist eine ruppe die reden miteinander da musst du dich dann nämlich stellen ich spreche noch mal mit kam ja 6 von 20 muss ich denn auch noch mal töten benutze den teleportal um zum vorhutsposten zu gelangen 27 20 eine moderne basliste du bist du jetzt 8 von 20 ach man sieht dass die koreaner aufsteht aber ich möchte monster zu killen und das war schlimm da musste 40 monstern zu killen für eine quest ist ein ewig dauert dass die koreaner das und aufstehen er spreche mit hendry ok wo auch die hilfe keine ahnung ich mache es noch mal eine einladung wieder kann ich schon wieder deswegen kriegst du nichts ich bin aus dem sind ja keine gruppe wer versteckt raus wo auch die hilfe markus ich glaube du musst den kanal auch wechseln du bist wohl nicht mehr hier drauf auf den ersten nachkommen zu wo kommen lassen immer glücklich helfen ja wieviel man muss sich mit dem auch reden wo auch die hilfe ihr könnt die quest danach kommen nicht fortsetzen was euer inventar ist ja du warst ja ein party ich habe mich auf der karte gesehen euer inventar ist voll ihr besitzt zu viel geld ich habe zu viel geld gibt es nicht sowas jetzt muss ich einkaufen oder was ja die hat tägliches quest maximum erreicht was ich kann kein quest mehr machen ich habe mein maximum erreicht alles klar geschur grüßen noch mal lieb euch hat wohl jemand hereingelegt wir bleiben stark habe ich auch habe ich auch die kinder die muster kieler sei genau die markt die marke ich hoffe dass ich glaube dann ist ja dann sie müsse da auch noch kriegen noch einmal in die breche heißt also 15 und 20 also ich kann jetzt nicht mehr weitermachen mit dem henry primus habe ich jetzt ein gespräch der mir sagt ich habe mein quest maximum erreicht und ich habe zu viel geld eingekauft habe ich habe ich habe mein quest maximum erreicht das gibt es ja auch ich kann das die nachkommen zu wort kommen lassen nicht aktiviere wie ist noch so ein blauer punkter karte ich gehe eben gucken wo seid ihr eigentlich ja ja ich muss den kanal wechseln ich bin kanal 3 ja du musst auf eins wieder was war das schon wieder option und träg ich habe den kanal gewechselt ich habe den kanal gewechselt jetzt bin ich wieder beim lager in der nähe vom friedhof fertig ich habe stufe 20 jetzt nur ich kann ja jetzt nicht bei der silva weiter ich muss dich ja noch einladen markus du bist immer noch nicht im party ach jetzt okay jetzt sehe ich blaue punkte geht ihr ins tal der bestien ja das sind drei punkte ich komme mal rauf ich habe zu viel geld ich habe geld knapper jetzt ja du musst halt einsammeln quest annehmen auf dem holzweg jetzt habe ich wieder eine quest bekommen eine gildengründung kostet übrigens 100 gold was alter das ist kostenlos ein arion das ist kostenlos ein arion und man muss in einer party sein auch dafür also das kannst du nicht mal soeben für dich alleine machen ihr spielt bereits zwei stunden die sie in in sie in sie Vielen Dank.